So, hallo und willkommen. Mal ein neues Spiel, was an mich herangetragen wurde vom guten Dirk. Danke nochmal an der Stelle. Und ich fand es eigentlich ziemlich gut nach dem ersten Blick und dachte, machen wir mal einen angespielt oder angetestet raus und ihr entscheidet, was letztendlich draus wird. Also, springen wir mal rein. So, hier kommen wir uns ja, glaube ich, von Astronauten aus. Ja, ich finde den Giftanzug, das ist nice. Ein bisschen laut unterwegs. Ah, kann man mit der Kamera unzoomen. Oh, die Station ist weg. Okay, also sind wir jetzt geworden, jetzt wollen wir mal schauen, ne? Tab. W, H, S, D. Ah, damit bewegen wir uns rum. Blendewerkzeug. Ah. Gemisch. Was für ein Gemisch? Oh, die Reichweite ist ganz nett. Äh, gewöhnlich. Lithium. Was? Was? Hm. Okay. Gehen wir uns mal ein bisschen weiter rum. Gelände Werkzeug, Mama. E. Was soll ich hier so kriegen? Ah. Okay. Okay. Okay, rechte Maustaste, dann können wir hier. Ups. Sauerstoff. Kriege ich neuen, ja? Mit Tab kann ich, ah, einsteigen und speichern. Okay. Nett. Ups, da bin ich mal rausgeswitcht. Wir sehen mal den Sauerstoff aus. Bring uns einfach mal ein bisschen weiter. Gemisch. Keine Energie. Äh, äh. Bin jetzt neu hier. Ah. Mit Shift sprinten wir? Oh, das geht aber langsam voll. Kupfer needed. Titanium. Okay, geht also. Generiert er jetzt da raus? Und danach habe ich noch nicht verstanden. Nur wird das direkt verarbeitet. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Was der da treibt. Verbindung platzieren mit Tee. Ah. Damit kann ich mir meine Leitung verlängern. So ist das. Energie ist schon wieder am Ende. Jetzt sind wir angeschlossen wieder. Mal im Rucksack gucken, was wir da machen können. Da frickelt da wieder was. Okay. Verbindungen. Dann war es mit Tee, ne? Oh, erstmal den Rucksack weg. Habe ich die jetzt gesetzt? Nein, habe ich noch nicht. Oh. Ich bin hier fest, oder was? Ich bin hier fest, oder was? Ich bin erstmal wieder ab. Okay. 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 Baue ich jetzt wieder auf? Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich mal die Steuerung anschauen. Kamera bewegen. Kamera bewegen, space springen, rennen. Nehmen, Gelände umgraben, ihr Geländewerkzeug, einebnen, hinzufügen mit Alt. Okay. Mal probieren wir das doch mal. Na? Ja. Haben wir das jetzt eingebaut? Ich glaube schon. Okay. Die Kamerasteuerung ist ein wenig schwierig. Aber wir sind wieder rausgekommen. Okay. Jetzt ist natürlich die Verbindung da fehlerhaft platziert. So. Was war das mit einebnen? Keine Energie. Okay. Okay. Blipp, blip, blip. Was hat denn der Rucksack für uns? Leuchtfeuer. Geht grad nix. Ähm. Leuchtfeuer. Ja, das Dauerfeuer bringt nicht viel. Also immer kurze Absetzer. Okay. Was soll man hier? Halte. Dass ops. Nachschau. Scheine Energie. Er. Muss denn? Wie macht die Pläne? Eine Energie. und ruhig das spiel am ersticken leuchtfeuer windfahne solarmodul dann kraft immer solarmodul doch nicht abbrechen bis abbrechen obwohl wartet mal sonst ist doch weit wie möglich hier sitzen ruhig das jetzt ab gemischt leuchtfeuer generator ach das solarmodul sitzt schon ok dann geländewerkzeug gemischt ok machen wir jetzt tank leuchtfeuer tatsächlich instant gecraftet und platziert ok hm nächstes geht ins alu auch noch nicht fertigen na gut ups ok ok wir haben dann wieder ein anschluss die kameraführung ist wirklich ein wenig gewöhnungsbedürftig mal die längst mögliche Ich will das jetzt abbrechen. Wie breche ich dich ab? Bin ich jetzt damit abgebrochen? Ja, irgendwie schon. So, Harze. Damit. Ah. Okay. Warum hat er den denn jetzt abgedrückt? Okay. Da habe ich schon mal eins abgelegt. Können wir mal sehen. Das habe ich gemerkt. Okay. Nehmen wir den auch mit. Upp. Wie kann ich den jetzt aus meinem Rucksack? Kann ich einfach so platzieren. Das ist praktisch. Okay. Paparaktik. Kabel. Okay. Dann können wir weitergehen. Blende-Werkzeug. Hoppa. 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 Oh. Oh. Hoppa. 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 Könnt doch sowas wie Kupfer sein. Oh. Ne, nicht wirklich. Organisch. 25% Sauerstoff. Lief dich an, Digga. Dann gucken wir mal, was wir wieder im Rucksack basteln können. Im Moment gar nichts. Er braucht Gemisch. Also, würde ich sagen. Schwingen wir uns mal zum Landungsboot. Oh, die können wir hier auch mitnehmen. Würde sich auf jeden Fall lohnen. Okay, Rucksack. Solarmodul. Ne, mit Energie haben wir jetzt immer keine Probleme. Batterie. Das sind Verbindungen. Ein Tank für Sauerstoff. Da wird aber noch Titan gefordert. Generator Kupfer. Was macht er jetzt? Da habe ich ein Leuchtfeuer. Was auch immer das bedeutet. Okay, tanken wir erstmal unseren Sauerstoff auf. Das dürfte hier oben das sein. Haben wir jetzt. So, Geländewerkzeug. Und dann können wir uns mal wieder Verbindungen schaffen. Ah, alles klar. Gemisch, Lithium, Gemisch, Titan, Kupfer, Gemisch, Dominium. Können gerade keine Verbindungen. Oh, ich glaube, da kommt ein Eissturm auf uns zu. Oh, ich habe es kaum gesehen. Oh, oh, oh. Oh, das ist nicht Damage. Nein. Ich hätte ihn gehabt. Ich habe mal eine Domindungen gehabt. Ich kann natürlich nicht genau aufheißen. Ich weiß, keiner brauchst du da. Ich weiß. Hm. Das wird so schwierig, das ist so ganz entspannt. Aber was denn? Ich kann die Kampsel auch mal ausbauen. Weiter her. Okay. Ich glaube, das ist jetzt beruhigt. Hat sich jetzt beruhigt das Wetter? Gehen wir mal weiter schauen. Wie kann ich das denn jetzt aufnehmen? Vielleicht mit meinem Werkzeug? R? Ah, okay, mit Kuh. Als gewöhnlich. Moment, in unserem Rucksack. Organisch. Weil er will Harz haben. Ähm. Nee, mit Kuh doch nicht. Aufheben? Kuh. Nö, ich habe ich doch eben auch geschafft. Jetzt hat er das aufgenommen? Nö, hat er nicht. Doch hat er alles klar. Einfach nur auf mich ziehen. Okay, er hätte gern Harz. Soll er haben. Wenn ich es denn finde. Geländewerkzeug. Harz, okay. Sehr schön. Ah, da ist noch mehr Harz. Ah, da ist noch mehr. Und einen soll ich wieder festhängen. Ah, mein Werkzeug weg. Meine Leiche. Ah, da ist noch mehr Harz. Also. Man muss sich also tatsächlich selbst looten. Sehr interessant. Okay. Crazy. Hätte er mit eingerechnet, aber nicht damit. Okay. Wupp. Dann gehen wir mal wieder zurück. Was? Krass. Geht's ja an unserem Rucksack. Der ist gefüllt, ne? Hopp. Ah. Ah, ist das gewöhnungsbedürftig. Der Steuerung. Aber gut. Zack. Ah, jupp. Wo lag ich denn da rum? Organisch. Aussteuern. Ah. Okay, hüpfen kann ich nicht, wenn ich was, äh, Flying Mode mache, mäßig. So, ich denke, bevor jetzt der nächste Sturm überrascht, werde ich mal ein Loch basteln. Geht ja ganz schön tief da runter. So. Ab, Kamera. Und ab. Warum? Rum. Wie, jupp. Hopp. Rum. Mitnehmen. Und reindroppen. Okay, dann muss ich nämlich nicht mehr suchen. Aha, was macht der denn da? Mal abchecken. Ich will noch mehr Harz. Wollen wir das? Haben wir. Brauche noch mehr Harz. Mal da unten eine Grube. Die echt schlecht gebaut ist. Organisch, organisch, organisch. Okay, wir brauchen also noch mal Harz. Let's run. Wir haben noch viel mehr im Rucksack. Das können wir auch erstmal weg tun. Das ist eine verdammtsinnige Idee. So, hier. Lagerhütte. Rucksack. Was ist das? Organisch. Und, hupp. Auf geht's. Zack, 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 zack. Ein eben. Da. Da ist noch mal. Uh, ich glaube, das könnte der Harz sein, oder? Das ist der Harz an der Felswand. Oh, er gleitet. Ja, holt's hin? Energie. Okay. Oh, oh. Sauerstoff. Sauerstoff. Mal gucken, wie man den generiert selbst. So, angeschlossen. Sehr gut. Was kann ich denn hier machen? T-Titanisch. Äh. Leuchtfeuer? Ich weiß nicht, ob ich davon noch mehr brauche. Solarmodul. Energie ist auch kein Problem. Batterie. Verbindungen. Nö. Alles klar. Dann bauen wir uns aber mit. T? Alles klar. Doch, Verbindungen. Ja. Ach, so. Dann hätte ich die anderen hinten mitnehmen sollen. In Ordnung. Verstanden. Ja, ja, ja. Ziemlich interessant. Ey, was? Komm, wieder aufpicken. Nette Fichte. Haben wir noch eins? Wir haben noch eins. Äh. Gibt's noch eins? Nein, jetzt haben wir keins mehr. Okay. Ui, jup. Wir sind nicht mehr ganz so weit zurück. Nur ein bisschen die Höhlerkunden. Ob's hier was für uns gibt. Aha. Die Zapfen? Nö. Bring wohl nix. Ist okay. Boah. Ich bin hier ab. Ich bin hier ab. Oh. Sauerstoff. Uh oh. Ich glaube, ich habe gerade mein Schicksal beschlossen. Shit. Ich bin da jetzt wieder hochkommen. Bisschen Glück. O. M. G. Hopp. 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 Wird's doch nicht unserem Sauerstoff. Geht's im Übrigen doch echt gut. Hopp. 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 So, dann checken wir mal weiter. Energie. Das ist ja einmal voll Sauerstoff. Ja, was hängt'n da noch rum? Ach, die einfachen Verbindungen. Hallo? Du, steuern. Falsch. Jo. Das? Ui, ui, unbekannt. Geht's jetzt echt mit. Oh, was ist denn mit mir? Woran bin ich jetzt gestorben? Und surft. Okay. Okay. Weiter anschauen tun wir es uns dann in der nächsten Folge. Vergesst nicht, ob das Projekt weiterläuft oder nicht. Licht reimt sich und allein an euch. Also, bewertet, kommentiert und wir sehen uns dann wieder. Vielleicht zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.